Oh, ja, wer denn? Hammer. Farbe. Achso, Farbe. Äh, Farbe. Keine Ahnung. Das ist nämlich das Problem. Farbe brauchen wir sehr viel. Aber das sollte sich jetzt auch erledigt haben. Hast du eine Farbe-Farm gebaut, oder was? Ähm, nee. Ich habe einfach die Farbe, die wir brauchen. Oh. Ein Messergeter getan. Äh, Pulverizer. So, hast vier Switch-Level und sieben Switch-Motoren. Okay. Und, fang mir nicht, wofür ich jetzt mal gucke. Wunderbar, mein. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich es gebraucht habe. Jetzt hast du die Routing-Switch-Motoren. Und nochmal den Rest. Detector-Routing. So, was kann man jetzt nochmal hier verarbeiten? Ja, bei mir läuft es gerade zu rossen. Idiot rum. So, Sapphire, Green, Sapphire, Green, Sapphire, Sapphire, Sapphire. Na ja, wenn wir dauern uns nur seit, keine Ahnung, fünf Stunden, also noch kein einziger Blitz. Okay. Jetzt werde ich auch noch zu uns rüberkommen, wenn es schon bei dir ist. Das kommt nicht gerade von euch. Das kommt von uns? Wow. Ja. Es hat gestern bei uns noch ein bisschen stark geregnet. Ja, wird heute vielleicht mal nicht die spannendste Folge. Tut mir auch schon leid. Ah, ihr könnt es nicht ändern. Ja. Wir müssen nicht mal wieder hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Tut mir auch wirklich leid. Und hier, was ich ja jetzt mache, das ganze Rubine verarbeiten und so. Könnte uns für spätere Projekte auch noch hilfreich werden. Aua. Wir müssen dann auch noch mit der Treibstoffproduktion für das anfangen. Ja, mal für das, ja. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Gut. Aber rat mal, warum ich auf einmal TNT brauche oder Gunpowder. Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Ich brauche es für das. Ich glaube, jetzt haben wir einfach nur so ein paar Zuschauer, die sich denken, Gott, wovon labern die? Was sind denn für Vollmongos? Werde ich ja schon noch sehen. Ja. Das war auf jeden Fall geil. Ich habe jetzt mal jeder sowieso 99,9% meiner Zuschauer weiß, was wir am Bauen sind. Insgeheim. Wir haben noch jedenfalls von der Rietro. Oh, und so. Oh, Gott. Oh, Gott. War das? Bauen wir meine Leben an. Hast du wieder mit dem Rockfascher gekuschelt? Nee. Draht mit Giftspinnen. Willst du meine Powerarmor so nah haben? Nee, jetzt geht's wieder. Ich brauche Powerarmor, aber ich habe es irgendwie noch nicht richtig fertiggestellt. Ganz ehrlich, das Fall der Rietro verarbeite ich über einen Pulverweiser. Ja, wenn ich meine Zink und Sulfo brauchen wir eigentlich nicht so oft. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Oh, was? Ich brauche jetzt mal einen zweiten M.A. Drive. Mach vielleicht sogar den Blast Resistance, obwohl hier wird eh nie ein Creeper reinkommen können. Blast Resistance kann nur 10 Festplatten fassen, ne? Kann nur 6 Festplatten fassen, sobald ich den habe. Aber kein Silikon mehr. Oh. Komm, das ganze Zertesquats, das brauchen wir so gut wie gar nicht. Was hast du geworfen? Äh, Regeneration Trunk. Weil ich am zerrecken war. Ja, ich glaube, den kannst du halt gut gebrauchen. So, wie macht man noch meine Diamond, Olli? Matthias. Blimtsch. Ja, wo? Und, ja. Oh, hier, glaube ich. Ah, okay. Boah, ich hatte tatsächlich noch einen Kopf, Alter. Was los mit dir? Was da los? Was da los? Beschloss. Hm. Hier, glaube ich, um, in Gott. Haben wir noch mehr Spawner? Oder war's das? Nee, aber ich nehme jetzt mal ein Uran raus. Weil... Du stirbst damit, oder? Nein, nein, nein. Ein Uran Ingot. Ich habe gerade standpilt. Ich glaube, ich muss eigentlich gleich noch kurz das Text-Apac wieder wechseln. Das geht so gar nicht klar. Das stimmt genau, dass du mal Standbild hast, ne? Ja, ich glaube, Zwecks, das wird diese Text-Apac echt nicht gedacht. Okay, da ich jetzt bei 0 FPS bin, unterbreche ich jetzt mal hier die Aufnahme. Aber bis gleich. So, jetzt habt ihr wieder mit Zwecks rumvergnügen. Äh, Zwecks. So, mit Zwecks rumvergnügen. Nee, sorry, aber das ging halt eben gar nicht klar. So. Jetzt sind die auch mal die Yellower. Die Yellowium Ingotts sind jetzt auch mal wieder unifiziert. So, welche Truhe soll ich jetzt für eine Tier-Truhe machen? Was? Äh, aus der einen Gold-Truhe, die du noch willst. Bei einem Grinder oder wo? Nein. Äh, die MES. Aber wo sollst du eine Gold-Truhe machen? Ja, eine Tier-Truhe. Okay, ich soll aus einer Gold-Truhe eine Gold-Truhe machen, mache ich. Fertig. Eine Schnexe. Und eine Tier-Truhe? Ja, das dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt hast du eine Tier-Truhe. Soll ich's da drinnen lassen oder dir bringen? Drinnen lassen. Gut. Perfekt, danke. Bitte. Ich hab jetzt mal so ein paar von den Basic-Prozessoren gemacht. Ich hab ihn gleich wieder verkraftet, soweit ich weiß. Also seid vorsichtig damit. So, dann bereichst du jetzt erstmal hier den Block ab. Ist verbunden. So. Aber ich würd sagen, ein paar 4K reichen eigentlich, ne? 4K? Ach, 16. Okay. Obwohl. 4K für die kleinen Items. Ja. Deswegen eigentlich. Okay. Und jetzt brauchen wir noch die Storage-Segmente. Und. Ob, 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 ob. Ob. So. Jetzt haben wir endlich mal wieder was Platte, Mai. Endlich. Wir haben hier jetzt offiziell... ...nen ganzen MB Drive noch voll. Mit 4K-Festplatten. Dein Ernst? Was? Ich hab keine Bock mehr drauf. Okay. Okay. So. Was hast du jetzt noch gebraucht? Äh. Äh. Ah ja. Ähm. Ähm. Warte mal. Wie heißen die Schienen? Jetzt hab ich wieder schon ein Bild. Brain. Brain Holding Tracks. Hammer nice. Ich hab gerade... So. Da sind wir wieder. Da hat sich mal kurz meinen Mudpack verabschiedet. Wir haben hier so ein paar Monster gefangen. Oder er sagt Christian. Er hat nämlich unsere alte Mobfahren mal ein bisschen ausgebaut. Minimal. Gut. Jetzt bräuchte ich mal eine Spinnenplage. Äh. Spinnen-Antiplage. Du meinst ein Kammerjäger? Ja. Kammerjäger. Definitiv. Alter. Hast du mal die ganzen Spinnen gesehen? Oh ja. Das ist nicht schön. Hörst du sich gegenseitig schon. Jetzt weiß ich doch wieder was ich gerade machen wollte. Ich hatte noch so ein bisschen Chrom, dass das mal geschmolzen werden konnte. Leider hab ich immer noch keine Ahnung warum es dann funktionieren würde. Ja das ist echt ein bisschen komisch. So. Ich kann es mal gerade gucken. Hast du das keine Ahnung? Ne. Was mir aber gerade mal einfällt, was ich mal machen kann, ist ob die Biene jetzt endlich mal gestorben ist. Weil ich hab jetzt mal eine andere Biene genommen. Ja. Nö, die tickt auch rum, dass es die falsche Blume ist. Kurze Frage. Ähm. Ich weiß, ich bin nicht der Beste bei der Bienenzucht teilweise. Da gibt's echt bessere. Aber hier. Ne Neza Biene. Hat Hell Emulation. Und ein Low Flower. Hat hier aber Neza Warzen. Warum? Weil ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich konnte jetzt Butze leider nicht an, bei der Aufnahme von Baker und Butze erwischen. War ich leider unterwegs. Aber vielleicht könnt ihr mir ja mal weiterhelfen, weil ich bin dann ganz so doof dafür. Äh. Halt dich geschlossen. Ich weiß, was du sagen willst. Alter. Player Planta. Das ist ein Witz. Hm. Ich hab auch langsam mal die Schnauze voll vom Planta. Also ich werd so diese Scheißmaschine nie wieder aufstellen. Warum nicht? Ganz einfach. Bei mir ist immer nur das Phänomen, wenn ich einen Planta aufstelle. Und zwar genauso wie ein anderer. Ich hatte jetzt bei Gervian Skies, hatte ich mal den Planta genau aufgestellt wie Butze in seinem LP. Nix passiert. Ich hab teilweise hier nochmal nachguckt, wie du ihn aufgebaut hast. Nix passiert. Ich hab das im Creative Modus da auf jede Art und Weise gemacht, wie es ging. Nix passiert. Was warst du bei dir falsch? Was warst du bei dir falsch? Kannst du einfach was? Kannst du deinen Planta aufbauen? Anscheinend nicht. Das ist eigentlich ja wirklich nur Planta einstellen, ähm, reinlegen und den Filter einstellen und das wart. Und dann halt Strom. Ne? Äh, eigentlich schon, aber Filter brauchst du gar nicht mal. Kannst du mir mal eben einen neuen Grinder bauen? Hast du den eigentlich kaputt gemacht? Nö, der Alter ist verloren gegangen, den hat irgendein Zombie. Ich mach zumindest nicht mehr. Ich mach dir sofort einen neuen Grinder. So, dann kommt wenigstens nochmal ein bisschen Technik heute hier rein. Und ich hab wenigstens auch nochmal was ordentliches zu tun. Außer die ganze Zeit der Erzverarbeitung. So, einen Grinder. Ähm, wir brauchen für den Grinder, brauchen wir Invar. Haben wir noch Invar? Ja, das sieht doch gut aus. Ich mach mal ganz schnell mit dem Hammer hier. So, und Invar 2. Hammer. Invar. So, einen Maschinen-Frame. Ich find's ja auch immer geil, wie die ganzen YouTuber, den Maschinen-Frame immer wieder aus Stahl machen. Ja. Äh, ich hab mich schon gefragt, sind die zu doof, zu zweiter Rezept, direkt nach Brunberg zu sehen? Ja, danke. Ich denk nur, Alter, wenn selbst Park das macht, und der guckt sich schon immer alle Rezepte an. Macht der selbst das? Bei dem ist er kaputt. Ich hab keine Ahnung. Eine macht mehr Maschinen-Frame aus, äh, Stahl. Mehr? Das hat noch nie einer gemacht. Ich mach grad mit ein paar Plastik-Sheets, ne? So, der Mob-Quinder sollte dann mit fertig sein, wenn der das ID richtigen Gears wieder reintun würde. So, einen, ne? Alter! Alter!